Jetzt mal ehrlich, angebrochene Chipstüten, die man für den nächsten Abend aufbewahren will, gibt's nicht, oder? Und falls doch, hätten wir euch einen Lifehack, wie ihr die Tüte wieder verschließen könnt. Solltet dieser sehr unwahrscheinliche Fall doch mal auftreten und ihr möchtet eure Chipstüten wieder verschließen, habt aber keine solchen Klammern oder ähnliches, dann gibt's folgenden Trick. Klappst das Ende dreimal um und biegst die beiden Ecken nach vorne. Stülpst den Mittelteil über die Daumen und zupft das Ganze noch etwas zurecht. Da kommt definitiv nichts mehr raus, aber Chips sind ja eigentlich zum Essen da, oder? Aber der Trick funktioniert natürlich auch mit anderen Dingen, die in Tüten verpackt sind, da kann es ja durchaus mal vorkommen, dass man nicht die ganze Tüte an einem Abend isst und dann könnt ihr den Trick anwenden. Weitere Chips-Hacks von uns gibt's auf dieser Seite. Danke für euren Daumen nach oben und abonniert doch unseren Kanal, falls ihr das nicht eh schon getan habt. Danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao! Musik 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 Musik